Assalamu alaikum muchachos und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Seed Directed. Schön, dass ihr dabei seid. Heute zocken wir zusammen mit Mabossa auf Konsulat. Und Diko pickt mir direkt den Bug weg. Wie geil. Weggepickt. Dann wir werden spielen. Wobei die ja... Garage sind sie eh nicht, oder? Nein. Und selbst dann... Archiv kann man aber glaube ich auch richtig viel aufmachen. Tankstelle spawnen wir. Hallo? 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 Der? Runde? Er? Beginnt. Alter, das war aber richtig... Das war richtig... Das war... Das war... Das war Snob, Alter. Das war... Snobmäßig der Rundeherbeginn. Hashtag... Der komische Snob, wie auch immer er heißt. Ich kenn ihn nicht. Ist das Bram? Ich hab keine Ahnung. Ins Gesicht furzen, dann äh... Dann wären wir richtig gesnobbt. Aka... Äh... Die... Die South Park Folge. Alter, ich kann ja... Überhaupt nicht Multitasking mäßig hier was machen. Der sieht nicht so aus. Richtig Klischee mäßig, Alter. Hauptsache irgendwas erzählt und dabei nichts hinbekommt. Hauptsache er kann nicht mal reden und irgendwas nebenbei machen. Ist der bei uns oder ist er bei den... Spiele... Spiele... Wau, 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 wau! Der, der ist äh... Bei... bei denen. Hallo? Hallo? Lol. Sorry, Dude. Ja, ja. Sorry in deinem Arsch. Ich hab die Twitch erstmal angefragt, Alter. Ich seh's schon. Okay, es ist jetzt ein 4,5. Er glänzt schon ultimativ bei uns. Er glänzt schon mal richtig. Und äh... Solange hier nichts ist. Job ist auf. Immer sehr neu. Visa Office ist clear. Das heißt, ich kann jetzt richtig geil. Visa Office reingehen und alles wegpimmeln da, Alter. Ja. Echt? Wie ist das toll? Geht mein Arsch auf. Ja. Oh, mein! Ich... Und wo? Digga, ich bin gerade da angekommen. Ich bin da nämlich auch gerade. Ah... Bandit off the stairs. Nach oben. Da. Und ich könnte... Ich hatte ihn schon fast und dann bin ich gegen eine scheiß Säule gelaufen. Konnte mich weiter links strafen und dann war tot. Oh, man. Und damit ist der Bug auch Geschichte, der hier alles geil aufmacht. Egal. Da war doch gerade was, oder? Da war doch gerade die Frost. Marvin, rechts von dir. Da. Ach ne, das bin ich. Lol. GG. Hier. Ja, ich kann hier stecken. Nach oben war der Bandit. Aber ich gucke hier. 2 Turn 3. Ich glaube, ich habe gerade oben Steps. Aber du bist hier in Deckung, ne? Ja. Auf 5 Stück am Leben bei denen. Muss auch mal langsam was machen. Okay. Das war's. Und alle sind down. Nice. 1 gegen 5. Battle kommt. Irgendwann habe ich noch einen Support bekommen. Kannste sterben. Never. Warum ist hier meine? Digga, du kannst es eh vergessen. Lass es, lass es. Das schaffst du nicht. Warte. Doch, ich muss eine Ausgangsposition haben. Um hier zu zielen. Wenn ich da runter droppe. Okay. Da ist einer drin. Okay. Und da ist C4. 15 Sekunden. 15 Sekunden. 15 Sekunden. 10 Sekunden. 15 Sekunden. 5 Sekunden. Ich muss rein. Ahhhh. Lick nicht hin oder so. Ich sehe nichts. Ich habe nichts mehr gesehen. Hey please. Kannst du nichts machen? Schade. Lass mich in Ruhe Ey, ich hab sie gerade eben noch Visa-Büro gedronet und da war nix Und dann komm ich da rein Und ich hatte ihn sogar, ich hätte ihn gehabt Lass mich zwei Schritte weiter nach links gehen Und ich hätte ihn tot gehabt Aber da war leider ein Pfosten und ich konnte nicht weiterlaufen GG Leider, okay, aber es war ja auch 4 gegen 5 Deswegen gar nicht so schlecht Gar nicht so schlecht Haben wir nicht 4? Ne, wir hatten 4 Achso, okay Okay, wohin, wohin, wohin Nicht ganz so peinlich, nur ein bisschen peinlich Archiv Und wir auch für Visa Visa wäre ich ja Visa-Büro Okay, Archiv, nehmen wir Archiv Nehmen wir alles zurück Digger Verloren Mit 11 Sehr schön Siehst du, das ist doch Er hat sich sogar selber korrigiert Sehr schön Sehr schön Er hat das glücklich gehört Er hat nicht flame hören Gesang gehört Und er hat das gespürt Also, zwei Wenn man da sich mal verschreibt Hab ich gar keinen Ja, mach ich niemanden für an Aber wenn man so richtig harte Fehler macht Boah Das Ding ist, Marvin kann auch kein Deutsch Deswegen kann er sich aber gar nicht beschweren Doch, ich beschwere mich hart, ey Ich beschwere mich richtig hart Tuck Hier haben wir auch zu So, ab jetzt wird er gecampt Camp that shit Wenn ihr mich kennt Dann wissen die, dass ich hier immer chille Okay Jetzt sind alle Meine Rüstungen weg Mal auf die Camps gucken Wo sie herkommen Ciao Nein, lasst du schon mal Hier kommt was rein Vordertür Haupteingang Laufen zwei Leute rum Sind immer noch draußen Aber laufen vor der Tür rum Äh, oh Vor der Garage ist einer Ash, draußen Hallo, darf ich auch irgendwas machen? Kann ich nur Hardcore warten die ganze Zeit Hallo? Dieser Büro ist nix Vordertür ist irgendwas rein gegangen Ja, da war noch einer What the heck? Okay Zwei Stück waren Küche Einer hab ich bekommen Aber egal Ich hab wieder zwei Fünf Kills schon Jetzt müsst ihr was machen Die Jungs Die Ash ist auch schon tot Die von da kam Ich bekomme wieder nix zu sehen In dieser Runde Ich seh das schon Oh Auch hier einer noch Jetzt könnt ihr was machen Jetzt könnt ihr Yolo'n Deko Zeig was Drenn, rush Digga, ich bin der lauteste Oprayer Das es gibt in diesem Game Oh, mit Tufa giftet Das gibt noch einen Punkt Ist in diesen Gang Ich hab einen Kill Immerhin War nicht mehr deiner? Doch, war meiner Achso, okay Ah, dann hab ich den anderen zugeschaut Okay, wir haben einen Kill Sehr schön Ich feiere dies Und diesmal nimm ich Bug Obwohl, wenn die jetzt Ich wollte auch gerade überlegen Ob ich Bug nehme Aber das ist auch weg Ich weiß jetzt was Hoffentlich geht die Garage Hoffentlich Ich hoffe auch, dass sie die Garage gehen Der kränkste Shit kommt dann Ah nein, sag nicht Du willst dich Außen an der Wand hochseilen Und von außen Den Boden aufschießen Oh doch Digga, wie bei der selben Video gesehen haben Grüße gehen raus an Peacekeeper Grüße gehen raus an Peacekeeper Wir haben uns beide Seinen ESL Sports Video angeguckt Und nein Nicht Garage Die Schweine Das heißt aber Sie werden wahrscheinlich Verwaltungsbüro sein, ne? Ganz oben Ja Kann man da nicht von unten auch gut ankümmeln? Ich glaube, ich schieße einfach mal von unten ein bisschen rein Mach das mal Nein, Mann Meine scheiß Drohne ist schon wieder down Naja, von hier aus Gibt man theoretisch Stress machen Wenn du hier eine Drohne hinkommst Alter, ja Bist du bar? Ja Wollen wir Wollen wir auch da vorne Wo ist denn der Eingang? Da Ich schimpke gar nicht Auf der anderen Seite Da hinten Da Da Ah Ah Ah, fuck Wo bin ich? Nicht sterben, nicht sterben Oh, fuck Quitschen die? Nicht sterben, Digga Irgendwo hat gerade irgendwas rausgeschossen Irgendwo da oben Äh, kann ich hinterher mal langwerfen? Aha Digga, von wo war das denn jetzt? War so irgendein scheiß Fenster Da oben Was für ein Bastard, Alter So, ich brauche auf jeden Fall auch hier rein Hast du schon geöffnet Warte, hast du schon abgedronet? Ich bin gerade in der Drohne drin Hier links Will nicht schon wieder sterben, wenn ich hier reingehe Dieser Büro Die Fläche ist clean Ich fahre jetzt mal in den Nebenraum Warte mal In Schalter Schalter free Aber ich glaube, da habe ich eine Legion Drohne gesehen Hier im Nebenraum, direkt hinter dir Ja Der muss irgendwie hier unten sein, aber Ja, da haben wir schon einen Jäger ist hier unten Wo Keller da ist? Direkt bei der Treppe Ja Aber das heißt, hier stelle ich erstmal eine Claimer oder so Dann hau mal jetzt ein bisschen oben was frei Ja, ich mache den hier alles auf, ey Ach du Heiliger Ich mache ja auch nochmal ein bisschen Oh Sorry Schon wieder den Ditter gehöre Eine richtige Party Hier ist einer bei mir Hier ist einer bei mir Ich hatte gerade keine Munition mehr Wollte hochgehen jetzt Ah, der Jäger war das Nein Weil das so eiskalt Das so eiskalt unten Den scheiß ab sich hat Das ist in die Richtung, aber nicht nach oben Ja, weil ich unten noch was gehört hatte Ja, weil ich unten noch was gehört hatte Ja, weil ich unten noch was gehört hatte Der ist da Ich habe nur noch so einen Operator nehmen sollen Oh, war das schwer Ich habe nur einen Kill jetzt Dritte Runde Okay, ich muss mal aufhören jetzt so rum zu Yolo Muss mal wieder serious spielen Hier könnte eine Garage gehen Auch nach oben, oder? Garage und dann mit Ich hasse Garage Echt? Verwaltungsbüro mit Mira Also Garage hasse ich echt wie die Pist Verwaltungsbüro mit Mira Back to Tryhard Langsam muss ja hier bei mir auch mal ein bisschen Leistung kommen Bisschen aufwendig so rumzunuben So, da werde ich auf jeden Fall eine Cam rausschmeißen Wow Der schießt nicht auf mich Okay Hier im Raum ist eigentlich so ein Leberkentler Gar nicht so sinnvoll, finde ich So Hier oben werde ich auf jeden Fall eine Cam hinschmeißen Nein, nein, nein Bleibt Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon da rausschmeißen Kann Nein, kann nicht Also hier ist ganz nett Zack Den habe ich Vielleicht kann ich das hier halten Hier soll noch einer hin Obwohl Ich glaube genau dahinter ist ja der Schalter, oder? Schauen wir mal Ja Geht aber Ich weiß nicht, ob die Cam noch liegt Ich glaube ich geschmissen habe Auf der Seite kommt nichts Hier oben ist was Am Fenster Ich glaube Ich glaube Badezimmer könnte was sein Es ist oben Skylight Okay, wo kommen sie? Skylight, gelb ist der, es steht ne, äh, ne Claimor Ja, einer ist da auch Okay, ich kann mir dir so helfen Na Nein, alter Ey, die ficken mich von allen Seiten, ey Die spielen echt gut zusammen Wieder von zwei Winkeln Ach, du wurdest auch platt gemacht? Oh shit, ey Ja, ich wollte gerade zu dir kommen Und dann kamen an den roten Stairs Also die großen Stairs kamen, der Black Widow Dein Timing ist aber auch echt ziemlich shitty Mein Timing ist die ganze Zeit schon wieder so scheiße, alter Meine Leute, die markieren ja durch den scheiß Ventilator durch hier Still winnable, still winnable, guys Roll durch die Kills Nur scheiße, dass wir die komplette Westseite verloren haben Ja Das Ding ist, die müssen jetzt langsam rushen Oh fuck, jetzt wissen die Wissen die Bescheid Nice try Die ganze Zeit, wo ich marken kann Nee, also nicht Ja Nein Oh, hätte er das gehalten Hätte er das gehalten, Mann Nein, andersrum Daumen gegen mich war gar nicht so schlechte Idee eigentlich Nein, er rusht ihn Ohhhh Digger Ohhhh 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 Schade Nice try Ich kann nichts sehen Ach du heilig, hat ja alles getroffen Nichts Das hat doch diese Augenbinde, aber man hat gut gepasst Mira, what was that fucking tactic? Ja, Mira-Fenster in dem Raum brauchen wir nicht so, ne? Aber die haben echt hart abgeteamt Ich dachte, ich hätte durch den Scheiß fucking Blackbeard nicht sterben dürfen Ja, das war Ich wollte gerade rüber swipen und zu dir helfen kommen, um die gelbe Treppe so ein bisschen abzuahmen und dann landet der Blackbeard hoch, hab ich gar nicht dran gedacht Still was picken Mieseloppens Gut, dass wir jetzt gleich verlieren Nein, verlieren wir nicht Die spielen echt nicht gut, Mann Nur das stürzt leider immer so strange und ich bin die letzten beiden Male auch richtig richtig Käse gestorben, muss man sagen Unten sind sie Garage dieses Mal Ja Wir könnten die Spots aufmachen Oder Also dann geh ich nochmal piano Ja, die haben auch nen Bandit Also ich hab meine Cam wieder hier, Tankstelle spawnen Proceed to Biohazard Container Location Proceed to Biohazard Container Location Ah, im Klo ist er Im Klo? Im Klo? Ja Easy! Ist er im Klo? Ne, ist tot Hier ist noch der Mute Äh, Piano hier oben, sollte alles free sein jetzt Please alter, ich konnte nicht schießen Ich hab richtig hart Damage bekommen Ist tot, ist tot Hab ich darum gemacht Der Blackbeard, äh der Mute war das Ne, der Mute ist noch da Aufsprengen können wir ihn noch nicht, ne? Aber aufsprengen können wir ihn noch nicht, ne? Hier war das Nee A really big fucking hole coming right up Troop Bisschen was kaputt gemacht Hierher ganz so viel Zeit Ja, da wollte ich auch gerade runter Ja, da wollte ich auch gerade runter Okay, da hockt auf jeden Fall einer Warte, ich hab eine Drohne hier Sehr schön Letzten werde ich markieren Okay, einfach rein Sehr schön Ah, haben wir, haben wir Gleich doch Machen wir einfach hier mal ein bisschen, ne? Der ist Butter bei die Fische Er hält sich hier mal ein bisschen tryharden durch, ne? Lol GG GG Er hat nur Hüpfer gemacht Okay Ich hab nen Kill bekommen Finally So, wo, wo deffen wir jetzt? Ja, das ist jetzt die Frage Garage? Ich weiß nicht Ja, aber da kriegen wir auch oft die Schnauze Also ich hab auf jeden Fall keinen Bock auf Garage eigentlich Nehmen wir dann Wobei ich könnte gucken, ob ich hinten Nehmen wir Verwaltung Nehmen wir Verwaltung, oder? Oder wollen wir Garage? Verwaltung haben wir gerade schon auf die Schnauze bekommen Äh, gehen wir Garage Okay Wobei dann eigentlich auch noch ein Mute keine schlechte D wäre Der Biohazard Container So, erstmal den ganzen Scheiß hier zumachen Muss ich überhaupt irgendwas zumachen? Ne, ne? Zwei Brocken weg Das sind zittrige Hände vom Training, Alter So, hier So, da machst du schon zu Ich komm hier zu Ah, eine Wand brauchen wir da unten noch Aber ich will eh noch runter Schnell, schnell, schnell Kann ich da noch Meine Capgun Tripp hinhauen Ja, 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 ja Ja, 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 ja Bin ja schon da Oh, da wurde unser Doc weggeholt Der wollte aus dem Pianoraum rauspitchen War aber nicht sehr erfolgreich Warst du ein Lappen? Du musst Piano so ein bisschen aufpassen, ne? Also wär nice, wenn du da hingehen würdest, weil Die werden 100 Pro Piano aufmachen Und ich will hier unten campen, damit von hinten nichts kommen kann Aua, dumme Wollen Sie mich jetzt nochmal bewegen? Ach du Heiliger Ja, soviel dazu Ja, ist schon offen Und oben machen sie auch schon auf Sophia ist oben im Piano Wurde entdeckt? Kann da leider nicht hingehen Ne Oh, die spielen krass zusammen Was, gerade erst aufgemacht? Ne Oh Mann, was für ein Lack Ok, hol dir noch die Kills Den habe ich aber noch verletzt Den wollte ich grad sagen Den hast du dir noch geschnappt Ach du Heiliger Da haben die aber gut zusammengespielt Also im Gegensatz zu unserem Team Das eigentlich nur Complaint hat Hat das gegnerische Team echt nice zusammengespielt Das haben super gemerkt Richtig Show-Wans, Alter Bei mir lief es einfach erst am Ende wieder einigermaßen gut Bei mir lief es am Anfang gut Und dann ist es leider nicht mehr Schade, Muchachos Aber gut gespielt Geht mir das Team Muss man ja auch mal so sagen GG Und wenn es euch hören hat Daumen nach oben Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Bye Bye